Die Contender-Serie ist vorbei, Islam Dullatov ist ab heute offiziell ein UFC-Fighter und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Heute Nacht lief die Contender-Serie, Islam Dullatov hat seinen Gegner mal wieder in der ersten Runde weggeknallt und deshalb gab es nach dem Event die wichtigsten Worte und zwar die von Dana White. Was sagte der Big Boss über die Performance? Zuallererst war es die Verkündung, dass er einen UFC-Vertrag bekommt. Dort sagte Dana White relativ kurz angebunden, hey, es macht so viel Spaß dir zuzuschauen, du bist ein toller junger Athlet, komm her, hol dir deinen UFC-Vertrag ab. Das war aber noch nicht alles, denn nach dem Fight oder nach dem Event gibt es ja immer noch die Post-Fight-Pressekonferenz. Dort sprach Dana White noch ein kleines bisschen ausführlicher über Islam Dullatov. Dana White sagte über Islam Dullatov, er ist hergekommen für den Finish. Der Typ wäre nicht ohne ein Finish nach Hause gegangen. Es macht extrem viel Spaß ihm zuzuschauen, er ist erst 26 Jahre alt und steht 11 zu 1. Ich kann es buchstäblich kaum abwarten, ihn noch einmal in der UFC kämpfen zu sehen. Er ist ein absoluter Savage. Neun First-Round-Finishes, es wird spannend zu sehen, wie er sich in den tieferen Gewässern schlagen wird, aber es macht absolut extrem Spaß ihm zuzuschauen. Und Alter, gibt es eigentlich einen geileren Ritterschlag im Sport als so einen von Dana White, der da wirklich hingeht und sagt, ey, du bist ein absoluter Savage, es macht so viel Spaß dir zuzugucken. Dana White sagte, ey, ich kann es wortwörtlich kaum abwarten, dich noch einmal oder ihn in der UFC kämpfen zu sehen. Mensch, was eine geile Situation, oder? Das Ganze pusht natürlich MMA in Deutschland auch nochmal so richtig ordentlich und allgemein waren die Reaktionen doch hervorragend, oder? Das war ja auch, wenn wir uns jetzt mal die ganzen anderen Fights bei der Contenderserie angucken, das war auch der geilste Fight des Abends, das war der geilste Finish des Abends. Dana White war am verliebtesten über diesen Fight, beziehungsweise eben über Islam Dudatov. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Und wie gesagt, in einer Situation zu sein, in der du das eigentlich gar nicht machen müsstest, das hat auch Bisping oft erwähnt, ja, das ist ja das, was so viele abfallen. Du müsstest nicht zur Contenderserie, du müsstest nicht diesen harten Weg gehen. Er müsste kein UFC-Fighter werden, weil er auch so wahrscheinlich genug Geld hat. Aber sich dem Ganzen zu stellen, weil man sagt, ey, ich will das, ich will UFC-Fighter sein, ich will gewinnen, ich will mich mit den besten Kämpfern der Welt messen. Das anzukündigen und dann so bei der Contenderserie abzuliefern, ist einfach geil. Das weiß Bisping, das wisst ihr alle und ey, der Big Boss Dana White weiß das auch. Leute, was meint ihr? Stimmt ihr Dana White zu? Könnt ihr es auch kaum abwarten auf das UFC-Debüt von Islam Dudatov? Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit, bis zum nächsten Mal.